Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen heute was wirklich richtig doll lustiges und zwar jeden Block, den wir anschauen, der verwandelt sich einfach zufällig in einen anderen Block. Das wird so cool, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel hier die Erde anschauen, könnte sich die Erde in Diamantblöcke verwandeln oder in Eisenblöcke, das wird so lustig. Und unsere Aufgabe ist es, Minecraft durchzuspielen. Das wird so lustig und es wird richtig doll knifflig, weil wir einfach zufällig Blöcke bekommen. Oh oh, das wird so cool. Oh, stimmt, aber ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall gar keine Sorgen irgendwie um Diamanten und Erze machen, weil da bestimmt auch noch irgendwie Erze dabei rauskommen. Oh, das stimmt. Und schau mal Kata, oh oh, die ganze Blöcke verwandelt sich. Oh, mein, die auch, hier ist der Enderchest. Wie cool ist das denn? Oh, die Blöcke blubst hier nach unten. Das ist eine Kiste sogar und wie küsst du denn da? Da war ein Diamantblock. Und warte mal, Kata, wenn wir hier die ganze Zeit die zwei Blöcke anschauen, verwandeln die sich die ganze Zeit und wir müssen richtig doll gut aufpassen, wenn wir zum Beispiel einen Diamant haben. Oh, hier ist ein Diamant. Lass uns den nicht nochmal anschauen, bevor wir eine Spitzhacke haben und ihn abbauen, sonst verwandelt sich der Block in irgendeinen anderen Block wieder. Oh, stimmt. Okay, warte mal, hier ist eine Kiste, aber da ist nichts drin. Okay, warte mal, Kata, ich mache mir ein Crafting Table, aber Moment mal, wenn wir den Crafting Table anschauen, verwandelt er sich zufällig in einen anderen Block. Oh nein, das kannst du gar nicht gut. Oh, okay, warte mal, Kata, ich hole mir erstmal ein bisschen Holz hier insgesamt. So, ein bisschen Holz hier und dann brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Stein. Oh, oh, warte mal, haben wir hier irgendwo ein bisschen Stein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Lava ist das zufällig. Das verwandelt sich so schnell, Epik. Hier ist ein Eisenblock. Oh, da ist Lava. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss so gut aufpassen. Okay, warte mal, das Holz crafte ich auch noch um. Da mache ich nochmal kurz ein Crafting Table und dann mache ich mir eine Holzspitzhacke. Okay, Moment mal, hier kommt der Crafting Table hin, jetzt kann ich hier craften, so und so und so und bitte eine Holzspitzhacke. Kata, willst du mir noch ein Holz geben? Äh, ja, 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 warte, 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 ich gebe dir noch eins. Aua, 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 hier ist Lava gewesen. Guck mal, bitteschön. Danke dir, Kata. Dann habe ich hier jetzt die Holzspitzhacke. Sehr nice. Und mit der Holzspitzhacke kann ich jetzt Steini abbauen. Kata, pass bloß auf. Okay, warte mal, haben wir hier irgendwo Steini insgesamt? Hier ist Cobblestone. Ich kann Cobblestone abbauen. Oh Mann, das ist richtig doll verwirrend. Das stimmt, Moment mal, da war gerade ein Emeraldblock. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Cobblestone. Das ist eine Kiste. Oh, die ist leider leer. Okay, warte mal, hier ist sogar ein Creepen. Hier ist schon wieder Lava, das kann doch gar nicht sein. Oh, oh, Kata, pass bloß auf. Und Moment mal, hier kann ich ein bisschen Stein abbauen. Oh, das macht so viel Spaß und die ganzen Blöcke verwandeln sich einfach sofort in zufällige andere Blöcke. Das ist wirklich nicht so lustig. Okay, dann kann ich den hier abbauen, so und so. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall 10 Cobblestone. Autschi. Und warte mal, Kata, ist hier irgendwo vielleicht ein Crafting Table? Oh, hier ist ein Crafting Table. Ja, das ist sehr nice. Okay, warte mal, dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall eine Steinspitzhacke machen. Und mit der Steinspitzhacke kann ich auf jeden Fall schon mal Eisen abbauen. Okay, da hätten sich auch ein paar Diamanten. Die dürfen wir auf keinen Fall nochmal anschauen, weil sonst verwandeln sich die Diamanten einfach zufällig in andere Blöcke. Und warte mal, hier ist der Eisenblock und Eisenblock abbauen. Sehr nice und zack. Oh, wir haben einen Eisenblock schon, Kata. Oh, sehr, sehr nice, Epic. Oh, ja, und warte mal, ein TNT habe ich auch schon abgebaut. Das sieht ja auch so lustig aus. Jeder Block, den wir anschauen, der wird einfach zufällig ein anderer Block. Und warte mal, Kata, wo bist du denn? Oh, ich laufe hier irgendwo ganz weit weg rum. Oh, oh, ich habe aus Versehen den Diamanten angeschaut. Aber hier ist noch ein Diamant. Hier ist sogar ein Diamantblock. Das ist sehr nice. Okay, warte mal, Kata. Ich mache jetzt als nächstes eine Eisenspitzhacke. Und dann kann ich den Diamanten abbauen. Okay, dafür brauche ich nochmal ein Crafting-Table. Bitte ein Crafting-Table hier insgesamt. Ein Diamantblock. Hier ist ein Diamantblock. Ja, hier, warte, warte. Ich baue ihn gleich ab, Kata. Ich habe nämlich eine Eisenspitzhacke. Und warte mal, ich gebe dir auch eine Eisenspitzhacke. Das ist wirklich so nice. Und warte mal, so und so. Eine Eisenspitzhacke für die liebe Kata. Wo ist der Diamantblock? Hier hinten bei mir. Aber nicht gucken, ja? Oh, da ist der Diamantblock. Ich sehe ihn ganz genau. Okay, warte mal. Und schnell abbauen. Sehr nice. Und ich habe den Diamantblock, Kata. Oh, wie cool ist das denn? Okay, warte mal. Da hinten war auch ein Diamantblock. Den kann ich auch abbauen. Wie cool. Jetzt sind wir wirklich richtig doll gut ausgerüstet. Sehr nice. Da baue ich zuerst den Diamant ab. Und den Diamant baue ich auch ab. Und den Diamantblock baue ich auch ab. Sehr nice. Das bleibt richtig doll gut. Okay, warte mal, Kata. Ich habe schon zwei Diamantblöcke. Und schaut euch das hier mal an, Kata, wie es hier aussieht. Das ist ja wirklich so lustig. Da unten ist ein Emerald. Das ist ein Emerald. Ich sehe den ganz genau. Und Emerald abbauen. Und zack. Sehr nice, tatsächlich. Okay, warte mal, Kata. Dann würde ich sagen, ich hole auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Dann mache ich mir auf jeden Fall noch ein Crafting Table. Und da können wir uns wirklich richtig, richtig doll gut ausrüsten. Ich habe hier noch einen Diamantblock. Oh, sehr gut, Kata. Moment mal. Hier ist noch ein Emeraldblock. Den kann ich auch abbauen. Bitte den Emeraldblock. Sehr nice, tatsächlich. Oh, hier ist eine Kiste, aber die ist leider auch leer. Hier ist ein... Nein, hier war ein Diamantblock. Und der hat sich einfach vor meinen Augen verwandelt. Was ist denn hier los? Hier, hier ist noch ein Diamant. Der Diamant hat sich in Kuchen verwandelt. Nein. Ach, Mann. Dann mache ich erstmal ein Diamantschwert für uns beide. Moment mal. So und so. Ein Diamantschwertchen. Dann mache ich noch ein diamantendes Oberteil. So. Und eine diamantene Hose insgesamt. Und zack. Sehr nice. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch richtig doll viel Eisen. Dann mache ich ein paar Schüchen für uns. So und so. Sehr cool. Und warte mal. Wenn wir sogar Wasser anschauen, verwandelt sich Wasser auch zufällige Blöcke. Das ist ein Diamantblock. Das ist ein Diamantblock. Und abbauen. Sehr nice, tatsächlich. Okay, warte mal, Kater. Dann würde ich sagen, ich mache mir auf jeden Fall eine Diamantschpitzhacke. Damit können wir ein bisschen Obsidian abbauen. Und damit können wir dann ins Nether gehen. Das wird so nice. Hier ist Obsidian. Oh, das ist sehr gut. Dann müssen wir ein paar, naja, Blazes wegschnetzeln. Und da brauchen wir noch Enderpearls. Und dann kriegen wir Enderaugen. Und können das End suchen. Oh, das wird so nice. Okay, warte mal, Kater. Ich crafte jetzt auf jeden Fall eine Diamantschpitzhacke insgesamt. Warte mal. So und so. Bitte eine Diamantschpitzhacke. Oh, das macht so doll viel Spaß. Okay, ich habe jetzt eine Diamantschpitzhacke und ein Diamantschwertchen. Und warte mal, Kater. Hier vorne ist auch Obsidian. Okay, und zack, Obsidian abbauen. Das macht wirklich so doll viel Spaß. Und wenn wir genug Obsidian haben, dann können wir das Netherportal bauen. Sehr nice. Okay, so zack, zack, zack. Bitte das Obsidian abbauen. Und Moment mal, Kater. Oh, oh. Wie komme ich denn jetzt Obsidian dran? Bitte nach unten, bitte nach unten. Und Obsidian aufsammeln. Sehr gut. Oh, sehr nice. Ich glaube, ob ich noch was finde. Ja, warte mal. Ich glaube, hier vorne war noch ein bisschen Obsidian. Und zack, das Obsidian wird auch abgebaut. Sehr nice. Jetzt habe ich schon zwei Obsidian. Bitte noch ein bisschen Obsidian insgesamt. Hier ist noch ein bisschen Holz. Das kann ich auch abbauen. Das ist auch sehr gut. So, so, so. Bitte abbauen. Okay, ich brauche Obsidian. Das sieht wirklich so lustig aus. Und schau dir das hier mal an, Kater. Hier sind überall einfach zufällige Blöcke. Das stimmt. Das ist so krass einfach. Das sind so viele. Das stimmt auch. So nice. Okay, warte mal. Wir bauen jetzt auf jeden Fall noch richtig viel Obsidian. Und da können wir ein Netherportal bauen. Und dabei, Kater. Wir haben ein Netherportal gebaut. Und Moment mal, Kater. Um ins Nether reinzugehen, müssen wir einfach rückwärts reinlaufen. Dass wir nicht aus Versehen das Portal anschauen. Sonst verwandelt sich einfach das Obsidian in zufällige Blöcke. Okay, warte mal, Kater. Oh, das ist wirklich so nice. Moment mal. Ich bin hier einfach im Nether und das ist ein Diamant. Oh, ein Diamant, bitteschön. Und zack, wird abgebaut. Ah, ich bin auch hier. Hallo, Kater. Und Moment mal, wir müssen wirklich so doll gut aufpassen, dass wir das Portal nicht anschauen. Sonst wird einfach das Obsidian ersetzt. Und das Portal geht aus. Und schaut ihr das mal an. Wie cool ist das denn? Hier verwandelt sich auch einfach alles zufällig in irgendwelche Blöcke. So nice. Und oh, ich war schon ein Gast hier insgesamt. Oh, das geht so gar nicht gut. Und Moment mal, Kater. Wir müssen jetzt auf jeden Fall richtig doll viele Blazes wegschnetzeln. Und wenn wir richtig doll viele Blazes weggeschnetzeln haben, kriegen wir richtig doll viel Blazepowder. Das ist sehr nice. Und warte mal, Kater. Ich habe jetzt schon 36 Blazerods. Und warte mal, wir können wieder rückwärts ins Portal reingehen, dass wir das auf keinen Fall anschauen. So, ab zurück, Barschmach. Oh, sehr nice. Okay, warte mal. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall Blazerods. Die kann ich umcraften zu Blazepowder. Und jetzt müssen wir noch richtig doll viele Endermänner wegschnetzeln, damit wir Enderperlen bekommen. Und da können wir aus den Blazepowdern und den Enderperlen Enderaugen craften. Und damit können wir das Endportal suchen. Und dann können wir den Endertragon wegschnetzeln. Das wird so nice. Okay, warte mal, Kater. Dann würde ich sagen, wir gehen ein paar Endermann wegschnetzeln. Oh, oh, und schau mal, Kater. Hier sind richtig doll viele Endermänner. Und Moment mal, hier ist auch einer. Der wird auch weggeschnetzelt. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, oh, der wird weggeschnetzelt und ich muss unbedingt was essen. Und zack, und zack. Der hat gar keine Chance. Kater, pass bloß auf. Und ich esse ein paar Äpfelchen. Da sind auch noch zwei Endermänner. Die sind ja richtig doll mies und fies. Moment mal, ihr werdet auch weggeschnetzelt. Und zack, und zack. Die werden auch gleich weggeschnetzelt. Moment mal, ich muss unbedingt was essen. Die Endermänner sind so fies. Oh, zack, oh, zack. Ihr habt gar keine Chance. Da sind so viele. Schaut ihr das hier mal an, Kater. Hier wurden einfach alle Blöcke zufällig ausgetauscht. Das sieht so lustig aus. Okay, warte mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon zwei Enderperlen. Da kann ich das auf jeden Fall schon mal craften. Jetzt haben wir schon zwei Enderaugen. Sehr nice. Dann würde ich sagen, wir schnetzeln noch ein paar mehr Endermänner weg. Und dann können wir noch mehr Enderaugen craften. Das ist doch Endermann. Endermann, du bist weggeschnetzelt. Und warte mal, Kater. Wir haben jetzt hier noch ein paar mehr Enderperls gefarmt. So und so. Die werden alle neu umgecraftet. Und zack. Jetzt haben wir 28 Enderaugen. Oh, das ist so nice. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt das Endportal. Und Moment mal. Es geht in die Richtung hier hinten. Oh, und dann finden wir das Endportal. Das wird so nice. Und dann können wir den Endertragon wegschnetzeln. Oh, wie cool ist das denn? Oh, und schau mal, Kater. Hier geht es runter hier unten. Oh, es ist das Endportal. Und wir müssen wirklich richtig gut aufpassen, dass wir das Endportal nicht anschauen. Sonst wird es einfach mit irgendwelchen Blöcken ersetzt. Und wir können nicht ins End. Und Moment mal. Es ist ja wirklich richtig doll schwierig, sich hier nach unten zu buddeln. Moment mal. Oh, ich kann mich ein bisschen nach unten buddeln. Autschi, ich bin im Block drin. Kater, ich bin im Block drin. Ich bin hier unten. Ja, ja, ja. Aua. Nach oben, nach oben, nach oben. Was ist denn hier los? Es ist ja wirklich so doll schwierig, sich hier nach unten zu buddeln und zum Endportal hinzukommen. Oh, oh, okay. Moment mal. Weiter nach unten insgesamt. Das ist ja wirklich richtig so lustig. Und warte mal, Kater. Da vorne ist das Endportal. Und wir dürfen es auf keinen Fall anschauen. Oh, oh. Okay, warte, warte. Wir können rückwärts reinlaufen. Und ab ins End. Und oh, ich bin einfach am End. Und warte mal. Hier werden ja auch alle Blöcke einfach ersetzt. Oh, nein. Was ist denn hier los? Hallo. Oh, hallo. Das Lava, das Lava. Oh, das Lava. Schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und warte mal. Wir können jetzt hier auf jeden Fall rausbuddeln. Und warte mal, Kater. Wir dürfen bloß nicht die Endermänner anschauen. Hast du vielleicht ein bisschen was zu essen für mich? Klar, guck mal. Ich habe hier noch ein paar Äpfelchen. Schau mal, bitte. Danke dir. Sehr nice. Okay, da jetzt noch ein paar Äpfelchen. Und warte mal, Kater. Wir können jetzt hier oben einfach die Kristalle anschauen, die den Endertragon wieder heilen. Das ist so nice. Und warte mal. Ich schaue den an. Und er wird gleich einfach ersetzt durch einen anderen Block. Moment mal, Kater. Hier oben wird einfach alles mit zufälligen Blöcken ersetzt. Jetzt ist da oben einfach Lava. Was ist denn hier los insgesamt? Warte mal. Hier oben wird auch alles mit zufälligen Blöcken ersetzt. Das ist ja wirklich richtig doll lustig. Und hier die ganzen Blöcke werden auch alle ersetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal, Kater. Ich helfe dir ein bisschen. Da machen wir auf jeden Fall die ganzen Kristalle kaputt. Sehr nice. Oh Gott, pass bloß auf. Und warte mal, Kater. Wir haben alle der Kristalle hier weggeschätzt. Und jetzt können wir den Endertragon weggeschätzt. Und das Ganze hier hinten. Was ist denn da los? Und schaut dir das mal an. Alle Blöcke werden hier einfach zufällig ersetzt. Das sieht so lustig aus. Okay, jetzt können wir den Endertragon weggeschätzt. Und er macht richtig doll viel Damage. Oh, zack, zack, zack. Er wird weggeschätzt. So und so und so. Oh, sehr nice tatsächlich. Er kriegt richtig doll viel Damage. Oh, schau mal, Kater. Oh, der Endertragon wird gerade weggeschätzt. Oh, hat gar keine Chance. Ja, wir haben es gleich geschafft. Und ja, und ja. Oh, wir haben es geschafft, Kater. Wie cool ist das? Der Endertragon wurde weggeschätzt. Oh, sehr cool. Wir kriegen richtig doll viele Level. Meine Level, meine Level. Meine Level. Nein. Oh, meine Level, meine Level. Ja, ich habe 68 Level insgesamt. Das hat so doll viel Spaß gemacht, Kater. Oh, wie nice. Und warte mal, es geht wieder ab. Zurückmarsch, Marsch. Oh, sehr nice. Moment mal, Kater. Ja, jeden Block, den wir anschauen, der verwandelt sich zufällig in einen anderen Block. Und wir haben Minecraft einfach durchgespielt. Oh, das war so cool. Oh, stimmt. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.